Es ist Thomas Abenteuer und ein super Fan. Hi, James. Schön, dich zu treffen. Wie ist die Geschichte über dieses Racket? Kannst du uns erzählen? Ich habe López gesehen und er hat entschieden, dass er das Spiel verletzt und er dachte, dass er seinen Racket verletzt hat. Und er hat ihn in meine Richtung. Aber du hast nicht gehofft? Unlucklich. Wie Nalbandian hat den Mann auf der Linie geklappt? Ich war Glück, ich kam unscathed. Aber was sollst du jetzt machen? Wenn du das fixierst, kannst du vielleicht spielen. Ein bisschen Tape? Ein Racket? Es ist ein schönes Racket. Ja, es ist. Ich meine, wenn er gut mit ihm spielt, dann vielleicht die Magik wird auch für mich. Ja, es ist. Zumindest ist es ein gutes Souvenir so far. Und wer ist dein Favorit? Es muss sein Murray. Nach seiner Leistung. Ja? Ja. Ja. Flawless. Das hat ihn auf dem Weg verletzt. Okay, das geht. Ich weiß, ich weiß. Also was über Federer Nadal, Djokovic? Ja, ich weiß. Ich denke, dass man niemals ausfühlt kann Federer ausfühlen. Niemals. Nicht hier. Und Djokovic, das weiß ich. Die letzte Form hat nicht so gut als es war. Aber ich meine, die top, top Leute, die man nie weiß. Ich wünsche dir auch gute Glück, dass du auch die Ball für den Rackets bekommen. Okay? Ciao. Cheers.